Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge TechTown und ja, ich habe nun Offstream unten den Extractor gebaut und ich habe Offstream Sand gefarmt und ich habe Offstream... Oh, der Kekscrofter fiel Schwerkraft zum Opfer. Ja, das macht mich jetzt irgendwie traurig. Naja, egal. Sentimentalität weg, raus weg. Ich muss mich mal meinen Epidalehre in... Ja, zum Glück zu Hause gestorben, ja, das ist... Ihr wisst ja auch, wie es bei mir einmal ablief, als ich nicht zu Hause gestorben bin, das war dann nicht so schön. Ich bin froh, dass ich wenigstens vor meinem Haus gestorben bin, sodass ich das anbauen konnte und Pipapo und Blub und Blub und Blub und Blub und Blub. Ich sollte damit aufhören. So, jetzt machen wir mal kurz Glasscheiben. Und so. Und so. Und so, wollen wir jetzt mal Glasscheiben hier reinsetzen. Wir können jetzt eine Schufel. Zack, 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 zack. Ich glaube, das Fenster ist doch ein bisschen zu groß. Ich könnte es auch unterteilen, wenn es zwei Dreierfenster. Das ist ja nicht gut. Und so. Ja, das war's. Jetzt tun wir erstmal die Scheiben hier rein, ne, da hab ich ja aufs Glas rausgehend gefahren, wie bereits eben gerade schon gesagt, aber ich hoffe, ich verbaue mich nicht wieder, weil ich verbaue mich grundsätzlich bei den Scheiben und so wie ich es kenne, fehlt mir dann zum Schluss genau eine so eine Scheibe, die ich dann halt weggeschlagen haben muss, weil ich dann halt mich verbaut habe und blablabla, ja, langsam nimmt mein Haus Formen an, so, wie ich dann hier weiterbaue, weiß ich noch nicht, aber ich werde jetzt mal gucken, ich freu mich aber schon, dass mein Haus endlich Formen annimmt, So, das heißt ja bei Dreiernfenstern, dass das dann halt so blöd ist mit dem Glas dazwischen und so, und so. Dann verbaut man sich meistens und dann muss man das Glas wegschlagen und so weiter, so, da haben wir Dirt. So, ah ne, hier kommt da eh der Boden dann rein und ja. Was ich als Fußball hier noch nehme, weiß ich noch nicht, wahrscheinlich den Limestone oder so, soll ich mir überlegen, oder sowas. So, ich finde es immer noch schade, dass man den Limestone nicht schneiden kann, hätte ich hier schön über Limestone ans Boden machen können, aber naja, man kann nicht alles haben. Man kann nicht alles im Leben haben. Und die sentimentale Musik, das heißt, es wird Nacht. Ich hoffe, ich kriege mein Haus noch dicht, bevor die Monster kommen. Und ich habe keine Lust wieder zu sterben oder so. Wo ich sagen muss, ich, ich, auch wenn es jetzt vielleicht ein Fehler ist, dass ich es sage, ich lebe schon recht lange ohne zu sterben. Natürlich ohne zu sterben, also ich bin schon sehr lange nicht mehr gestorben. Ich freue mich, dass dieses Projekt momentan bei euch recht gut ankommt, dass euch gefällt und ja. Weil mir macht es einfach saumäßig viel Spaß, dieses Projekt und ja. Es ist dann halt noch zusätzlich schön zu wissen, dass es euch auch gefällt. Wahrscheinlich würde ich aber, ich würde, da es mir wirklich so viel Spaß macht, dieses Projekt, wahrscheinlich auch noch machen, wenn es nicht so viele gucken würden. Weil es mir wirklich Spaß macht. Dass es dann einfach zusätzlich so gut ankommt. Das freut mich, das freut mich, das freut mich, das freut mich. Soll jetzt nicht irgendwie klickgeil, abogeil, etc. pp rüberkommen. Ich habe nicht zu verantwortet, aber es kann nicht sein, dass ich jetzt die Ich mache dafür aber nicht zu viel, dass ich nicht da habe, sondern das... Ich mache das so. Ich mache das so. Ich mache das so. Ich mache das so.. Ich mache das so. Dich mache das so. Es ist dann... Das ist aber so cool, dass hier schon Türen stacken kann. Das kann man ja ab da 1.8 dann auch im Wandmiller. Das finde ich schön. Muss ich ehrlich sagen. Mir fällt mir. Das kann man auch auf Treppen machen, ne? Das ist dann auch wiederum schön, dass man auch auf Treppen machen kann. Das braucht ja gar nicht so viel. In erster Weise wird dann eh nachgefüllt. So, die Türen gehen jetzt ab. Treppen hin. Türen wieder hin. Okay, Türen gehen nicht auf Treppen. Schade, Schokolade. So, dann muss ich mal das halt irgendwie anders machen. Nochmal halt was so. So. So, dann geht's jetzt halt auch in die Treppe hoch. Machen wir mal so. Wackel kommt dann da hin. So. Gefällt mir. Gefällt mir. Ich glaube, das Erdgeschoss ist jetzt dicht. Ja, lass uns erst mal. Erst mal lassen wir's so. Ich finde es nicht okay, dass du einfach mal ne Tür klaufst. Nee, ich möchte nichts kaufen. Nein, ich möchte keine Versicherungen. Gut, das war mein Schwert. Ich muss sagen, ich habe, glaube ich, sehr selten ein Schwert kaputt bekommen. Ah, jetzt habe ich einen Stall. 501, Alter. Das hält lange. Nochmal jetzt oben halt die Fenster weiter. Ich habe mal kurz die Blätter, weil das ist hässlich. So. Irgendein Gesprächsthema habe ich mir mal wieder nicht rausgesucht. Ich überlege mir jetzt vielleicht einen auf die Schnelle. Ob ich jetzt vielleicht eins finde. Genau. Ich habe mal, ich habe, ja genau. Es gab ja, ähm, bei der ersten und der zweiten Folge von Techworld, ähm, eine Person, die anscheinend meint, mir helfen zu müssen, und hat ganz oft drauf geklickt. Ich hoffe, die wollte mir zumindest helfen. Ähm, dann habe ich ein Erklärungsvideo gemacht, dass ich das bitte nicht möchte, weil er mir das einfach nichts bringt. Und ich finde es gut, dass die Person es dann noch gelassen hat. Wirklich. Das ist, wenn man die Person dann sozusagen quasi direkt anspricht, und die dann wieder mit aufhört, das finde ich gut. Ähm, Ich finde, ich weiß, diese Klicks, die die eine Person innerhalb von, für die es vielleicht, wenn ich noch nicht so lange gucke, die Klicks, ähm, sind innerhalb von ein Uhr nachts bis sieben Uhr morgens, weil ich dann noch Schule hatte, ähm, sind da hundert Klicks auf ein Video bekommen, beziehungsweise 90 Klicks. Und es kann natürlich nicht stimmen, das war dann natürlich, da war mir sofort klar, dass da irgendeiner Map aufgeklickt hat. Diese Klicks werden in der sogenannten YouTube-Statistik, in der Analyse, gar nicht angezeigt. Das finde ich dann wiederum gut. Oder auch nicht gut. Einerseits finde ich gut, dass es nicht angezeigt wird, in der YouTube-Statistik, dass man dann sieht, ah, okay, das waren keine echten Klicks. Andererseits finde ich es aber auch nicht gut, weil man dann vielleicht nicht weiß, aus welchem Land, ähm, das kam. Weil, wenn es zum Beispiel, meinetwegen aus, Österreich oder so gekommen ist, dann, oder aus der Schweiz, hätte ich die Schweizer und die Österreicher direkt ansprechen können, aber ich weiß dann überhaupt nicht, woher die kamen. Das ist auch eigentlich irrelevant. Ich hatte auch so ein, zwei eventuelle Verdächtige, die sich aber, dadurch, ähm, alle, ähm, wie soll ich sagen, hat sich herausgestellt, dass keiner von den Verdächtigen es war. Und, ja. Äh, hier war schon den ganzen Sand, das ist auch gebraucht. Das kann doch gar nicht sein, weil ich unten Sand nachgefüllt gehabt. Komisch Ich hatte doch vier, fünf Stacks gefarmt Bin ich mir aber sicher Ich habe bisher nur zwei Stacks rausgeholt Oh, je nachdem er jetzt hingepackt Welche Geste Nee 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 Es sieht jetzt dieses Lemon Den Lemon Stone Genauso aussieht wie Sand Das irritiert einfach Vielleicht habe ich es auch unten in dieser Kiste bereits reingelegt Das kann natürlich sein Ah Hier habe ich bereits gebranntes Glas reingemacht So war das Schuh Genau Da habe ich schon vorher was gebrannt Genau So, da haben wir auch die versteckten Sand Beziehungsweise Glas 6 gefunden Wir haben jetzt kurz die Achso, insgesamt habe ich so und so viel im Inventar Ja, deswegen steht das jetzt rechts Und da habe ich gerade 100 Öls Mach mal erstmal nur so viele Oh, 160 habe ich jetzt Insgesamt im ganzen Inventar So viele brauche ich wahrscheinlich nicht Ich brauche überhaupt fast keine mehr Egal Ich werde wahrscheinlich noch irgendwann welche brauchen Für die hintere Seite dann Und dann habe ich halt schon welche Und das ist halt so gut so Da ist natürlich hinten wieder der Sonnenaufgang Da können wir diesmal wieder den Sonnenaufgang am Ende der Folge wieder angucken Leck Diesmal können wir es durch die Fenster machen So Das ist jetzt mal wieder gemeinsam hier Und gucken da Sonne beim Aufgehen Beim Aufgehen zu Diesmal Ohne dass ein Zombie Uns töten will Weil einfach kein Zombie mehr reinkommen kann Da Geht die Sonne auf Und Das heißt auch schon Das Ende der Folge Das heißt Wenn euch die Folge gefallen hat Lasst eine Bewertung da Bis zum nächsten Mal Tschüss